Hallo und willkommen zu unserem ersten Wrath of the Lich King Klassenguide. Hier geht's vor allem um die neuen Fähigkeiten, Talente und die wichtigsten Veränderungen. Außerdem gehen wir noch kurz auf mögliche Berufe, Glyphen und die Startpriorität ein. Zum Schluss gibt es dann noch ein Fazit, in dem wir vor allem auf die Spielweise eingehen. Das Ganze soll mit Absicht kein detaillierter Endgame Guide sein. Wir wollen euch einfach zeigen, was euch in Wrath of the Lich King mit der jeweiligen Ausrichtung erwartet. Wie immer natürlich strukturiert und vor allem nicht in die Länge gezogen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Der Gebrechenhexer ist in Wrath of the Lich King einer der stärksten Schadensaustheiler. Das hat er vor allem einigen Änderungen und Anpassungen seiner Fähigkeiten zu verdanken. Er ist eine wahre Schadenüberzeitmaschine und ballert mit seinen Dots nur so um sich. Vor allem, da er deutlich mehr Schaden macht, wenn der Gegner wenig Leben hat. Dazu aber gleich im Detail mehr. Schauen wir uns erstmal allgemein alle neue Fähigkeiten an, welche ihr Talent unabhängig bekommt. Mit Stufe 75 bekommt ihr die Schattenflamme. Das ist ein Spontanzauber, der in einem kegelförmigen Bereich vor euch Schaden anrichtet und zusätzlich über 8 Sekunden Feuerschaden vorgesagt. Allgemein erinnert das Ganze an den Drachenodem vom Magier. Diese Fähigkeit benutzt ihr als Gebrechenhexer eigentlich eher weniger, da ihr andere stärkere Skills habt. Mit Level 80 bekommt ihr dafür eine extrem gute Fähigkeit. Mit dem Dämonischen Zirkel könnt ihr euch ein Portal beschwören, zu diesem ihr euch via Knopfdrück wieder zurück teleportieren könnt. Das gibt im Warlock deutlich mehr Mobilität, vor allem in gewissen Bosskämpfen. Der Zirkel hält 6 Minuten an, kann aber ohne Abklingzeit wieder beschworen werden. Ihr könnt euch allerdings nur einmal alle 30 Sekunden teleportieren. Neben den neuen Fähigkeiten gibt es Dutzende Anpassungen und Veränderungen. Schauen wir uns diese mal im Schnelldurchlauf an. Die Dämonentrainer wurden entfernt. Besser gesagt, eure Dämonen lernen neue Fähigkeiten nun automatisch. Die NPCs sind noch im Spiel, haben aber bis ein paar Quests keine Bedeutung mehr. Euer episches Mount lernt ihr zudem ganz einfach beim Trainer und müsst vorher keine Quests mehr machen. Vergesst nicht, dass dies ab Wrath of the Lich King schon ab Stufe 40 möglich ist. Das normale Reiten gibt es ab Level 20. Dasselbe gilt für die Wichtel-Quest. Hier könnt ihr euren kleinen Kameraden direkt ab Stufe 1 beim Lehrer lernen. Dessen Gesundheits-Buff Blut packt, zählt nun rateweit und ist nicht mehr auf eure Gruppe begrenzt. Allgemein sind eure Begleiter deutlich stärker, dessen Werte wie zum Beispiel Angriffskraft des Lehrwandlers sehr gut mit eurem Equipment skalieren. Umso mehr Zaubermacht ihr habt, umso mehr Angriffskraft bekommt der Lehrwandler. Dadurch hält dieser deutlich besser die Agro beim Leveln. Die Fähigkeit Opferung des Lehrwandlers wurde zudem angepasst. Hat sie in The Burning Crusade noch den Lehrwandler umgebracht, um euch ein Schild zu gewähren, so zieht sie in Wrath of the Lich King nur noch einen kleinen Wert an Gesundheit ab. Euer Teufelsjäger bekommt den Buff Teufelsintelligenz, der rateweit die Intelligenz sowie die Willenskraft erhöht. Als Gebrechenhexer spielt ihr allgemein immer mit eurem Teufelsjäger dank seiner Fähigkeit Schattenbiss, der neben seinem normalen Schaden zusätzlich 15% Schaden für jeden eurer Schaden über Zeit sauber macht. Zusätzlich hat er nach wie vor seine Magieverschlingen, der alle 8 Sekunden einen schädlichen Magieeffekt von euch oder einem Raid bzw. Gruppenmitglied entfernt oder einen nützlichen Magieeffekt von einem Feind verschlingen kann. Zudem wurde das Talent Vermeidung auf alle eure Begleiter ausgeweitet. Dieses verringert den von euren beschworenen Dämonen erhaltenen Flächenschaden um 90%. In der Burning Crusade war diese Fähigkeit noch der Teufelswache vorenthalten. Der Cooldown von eurem Inferno wurde zudem von 60 Minuten auf 10 Minuten reduziert. Eure Zauber- sowie Feuersteine wurden überarbeitet. Euer Zauberstein erhöht nun bei der Anwendung auf eure Waffe den Schaden regelmäßiger Zauber um 1% und die Zaubertempo-Wertung um 60. Euer Feuerstein dafür den Schaden direkter Schadenszauber um 1% und eure kritische Trefferwertung um 49. Vergesst allgemein nicht, dass es in Wrath of the Lich King kein Zauberöl mehr gibt. Das alte könnt ihr nicht mehr auf die Waffen aus Wrath of the Lich King anwenden, da diese einen zu hohen Item-Level aufweisen. Eure Teufelsrüstung wurde etwas angepasst. Sie erhöht nun neben einem fixen Wert an Zaubermacht zusätzlich Zaubermacht, die 30% eurer Willenskraft entspricht. Dadurch wird der Wert Willenskraft etwas wichtiger. Außerdem stellt ihr alle 5 Sekunden 2% eurer gesamten Gesundheit wieder her. In The Burning Crusade hat diese noch eure Heilung erhöht, welche ihr durch Zauber und Effekte erhalten habt. Eure Dämonenrüstung, welche ihr allerdings in den meisten Fällen sowieso nur zum Leveln verwendet, erhöht nun neben eurer Rüstung die durch Zauber und Effekte erzeugte Gesundheit um 20%. Euer Ritual der Beschwörung portet nun nicht mehr einen Spieler, sondern beschwört ein Portal, welches von 2 oder mehreren Schlagzugsmitgliedern benutzt werden kann, um andere Spieler heranzuporten. So gesehen ein mobiler Versammlungsstein, welcher man sonst vor Dungeons und Raids findet. Euer Gesundheitssteinbrunnen wirft nun außerdem 25 anstatt 10 Steine ab. Fluch der Tollkühnheit wurde komplett entfernt und dafür Fluch der Schwäche etwas aufgebohrt. Dieser verringert nun die Angriffskraft sowie die Rüstung des Ziels um 5%. Eure Fähigkeit Seelendieb, mit der ihr nach wie vor eure Seelensplitter beschafft, hat jetzt einen Hinrichteneffekt. Das bedeutet, dass am Ziel, wenn dieses 25% Leben oder weniger hat, den vierfachen Schaden verursacht. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass jedes Mal, wenn Schaden verursacht wird, ein Seelensplitter generiert wird. Allgemein könnt ihr nur noch 32 Seelensplitter aufnehmen, was allerdings kein Problem mehr dank dem neuen Seelendieb darstellen sollte. Die Abklingzeit von Seelenbrechen wurde von 5 Minuten auf 3 Minuten reduziert. Dasselbe gilt für euren Seelenstein. Hier wurde der Cooldown von 30 auf 15 Minuten reduziert. Der Schaden über Zeiteffekt vom Feuerbrand kann nun kritisch treffen. Die erhaltene Menge von Adalas skaliert nur mit eurer Zaubermacht. Außerdem gibt es für besagten Zauber noch eine extrem starke Glyphe, zu dieser wir allerdings etwas später erst kommen werden. Verderbnis hat keine Zauberzeit mehr, unabhängig von eurer Skillung. Euer Verbannen hat ebenfalls einen kleinen, aber feinen Quality-of-Life-Bonus bekommen. Wenn ihr dieses erneut auf ein Verband des Ziels zaubert, dann hebt ihr die Verbannung auf. So spart ihr euch vor allem in Raids das Warten, wenn versehentlich nochmal mit dem Max-Rang nachgebannt wurde. Fluch der Sprachen wurde etwas angepasst und reduziert die Zauberzeit nur noch um 30 anstatt 60%. Fluch der Elemente erhöht nun den kompletten Magieschaden des Ziels um 13%. In The Burning Crusade waren es noch 10% und das auch nur auf Arcan, Feuer, Frost und Schatten. Boomkins und Elementarschamanen haben dort noch nicht vom besagten Fluch profitieren können. Euer Todesmantel gibt euch nun 300% des Schadens in Leben wieder zurück anstatt 100%. Mana entziehen wurde so angepasst, dass es pro Sekunde 3% des Manas das Ziel auf euch überträgt. Maximal allerdings bis zu 6% des maximalen Manas. Davor war der erhaltende Wert noch ein fester Betrag. Schauen wir uns nun mal speziell den Talentbomb des Gebrechenhexers an. Als 51er Talent bekommt ihr Heimsuchung. Dieses verursacht beim Ziel Schattenschaden und erhöht zudem 12 Sekunden lang den Schaden all eurer Schaden über Zeiteffekte um 20%. Endet die Heimsuchung oder wird sie gebannt, erhaltet ihr 100% des verursachten Schadens als Heilung zurück. Ein unfassbar starker Zauber, der definitiv in eurer Rotation einen Stammplatz finden wird. Gehen wir nun aber mal von ganz oben die wichtigsten Änderungen durch. Euer verbessertes Verderbnis erhöht nur den Schaden vom Verderbnis um 10% sowie die kritische Trefferchance von Saat der Verderbnis um 5%. Davor hat man hier den Zauber noch als Spontanzauber skillen können. Unterdrückung wurde etwas angepasst. Dieses gewirrt euch nun 3% Trefferchance und verringert die Mana Kosten eurer Gebrechenzauber um 6%. Fluch verstärken erhöht nun nicht mehr beim Aktivieren den Schaden eures Fluch der Peins oder Fluch der Verdammnis um 20%, sondern verringert die globale Abklingzeit eurer Flüche um 0,5 Sekunden. Verbesserte Furcht ist ein neues Talent, welches beim Ende seiner Dauer von Furcht den Effekt Albtraum auslöst und das Ziel 5 Sekunden um 50% verlangsamt. Perfekt für jeden PvP-Spieler. Lebensentzug wurde komplett angepasst. In The Burning Crusade war das noch eine eigene Fähigkeit bzw. Dot und in Wrath of the Lich King verleiht ihr damit eurem Zauberverderbnis die Möglichkeit euch zu heilen. Zusätzlich wird der über Zeit verursachte Schaden vom Verderbnis eurer Saat sowie instabiles Gebrechen um 5% erhöht. Mit den 5 zusätzlichen Punkten in Schattenbeherrschung erhöht ihr zudem das abgesaugte Leben oder den zugefügten Schaden eurer Schattenzauber sowie den durch euren Teufelsjäger verursachten Schaden mit Schattenbiss um 15%. Umschlingende Schatten hat sich komplett geändert. In The Burning Crusade hat dieser noch den verursachten körperlichen Schaden des Ziels um 5% verringert. In Wrath of the Lich King verleiht ihr euren Zaubern Schattenblitz und Heimsuchung den Effekt namens umschlingende Seuche, der jeglichen von euch verursachten regelmäßigen Schattenschaden gegen das Ziel um 5% erhöht und seine erhaltene Heilung um 10% verringert. Das Ganze erhält 12 Sekunden und ist bis zu dreimal stapelbar. Ebenfalls komplett neu ist das Talent verbesserter Teufelsjäger. Hierbei erhält euer Teufelsjäger jedes Mal wenn er mit Schattenbiss trifft 8% seines maximalen Manas zurück und die Abklingzeit dieser Fähigkeit wird um 4 Sekunden verringert. Zusätzlich wird der Raid-Buff Teufelsintelligenz um 10% erhöht. Ihr erinnert euch, das war der Buff für Intelligenz und Wille. Dunkler Pakt hat einen riesen Reichweitebonus erhalten. Ausrottung ist ein neues Talent, welches eurem Zauberverderbnis eine Proc-Chance von 6% beim Schadenverursachen gewährt, euer Tempo 10 Sekunden lang um 20% zu erhöhen. Dadurch merkt ihr alleine wie wichtig Verderbnis in Wrath of the Lich King wird. Verhängnis erhöht nun den kompletten Zauberschaden um 3% sowie die regelmäßig kritische Trefferchance von Verderbnis und instabiles Gebrechen um 9%. In The Burning Crusade war dieses Talent noch dafür verantwortlich, den Effekt von Fluch der Elemente um 3% zu erhöhen. Bei instabiles Gebrechen hat sich nicht viel getan, außer dass es nun 15 Sekunden anstatt 18 Sekunden hält. Dafür gibt es nun das neue Talent Pandemie, welches euren regelmäßigen Schadenszaubern, Verderbnis und instabiles Gebrechen die Möglichkeit gibt, um 100% erhöhten Schaden kritisch zu treffen. Außerdem wurde der kritische Schadensbonus von Heimsuchung um 100% erhöht. Damit habt ihr zwei weitere Schaden über Zeitzauber, die kritisch treffen können. Umarmung des Todes ist ebenfalls neu. Sie erhöht die von eurem Blutsauger entzogene Menge um 30%, wenn ihr unter 20% Gesundheit seid. Zudem erhöht sie den verursachten Schaden eurer Schattenzauber um 12%, wenn die Gesundheit eures Ziels unter 35% liegt. Somit ein weiterer Hinrichten-Effekt für den Warlock. Zu guter Letzt gibt es noch immerwährende Gebrechen. Damit erhalten eure Zauberverderbnis und instabiles Gebrechen 5% eurer Boni auf Zauberschadeneffekte. Des Weiteren setzen eure Zauberblutsauger, Seelendieb, Schattenblitz und Heimsuchung euren Zauberverderbnis zurück, sodass ihr diesen im besten Fall nur einmalig auf euren Gegner bringen müsst. Den einzigen Zeitpunkt, wo ihr diesen trotzdem erneuert, ist dann, wenn zum Beispiel euer Schmuckstück prockt und ihr temporär deutlich mehr Zauberschaden habt. So schafft ihr es bei gutem Timing ein extrem starkes Verderbnis auf euren Gegner zu bekommen. Als Skillung für den Anfang empfehlen wir euch hier eine klassische 55016. Dabei habt ihr 16 Punkte im Zerstörungsbaum. Wir verlinken euch die Skillung natürlich in der Beschreibung. Bei den besagten 16 Punkten nehmt ihr noch den verbesserten Schattenblitz mit, der den Schaden von Schattenblitz um 10% erhöht und vor allem das Ziel verwundbar gegen Zauberschaden werden lässt, wodurch die kritische Zaubertrefferchance gegen das Ziel für alle Raidmitglieder erhöht wird. Dieser Effekt hält 30 Sekunden. Zusätzlich skillt ihr noch Dunkle Macht, um vor allem eure Zauberzeit vom Schattenblitz zu verringern. Weitere 5 Punkte gehen in Verderben. Damit erhöht ihr den kritischen Schadensbonus eurer Zerstörungszauber sowie den Feuerblitzschaden eures Wichtels um 100%. Der letzte Punkt geht in Intensität, der die dauerdurch erlittene Schaden verursachter Zauberzeiterhöhung beim Wirken oder Kanalisieren vom Zerstörungszaubern um 35% verringert. Als erhebliche Glyphe verwendet ihr am besten schneller Verfall. Dadurch beeinflusst eure Tempowertung die Tickgeschwindigkeit von Verderbnis. Als weitere Glyphe Adalas. Wenn ihr hier den Zauber Adalas oder Dunkler Pakt verwendet, dann gewinnt ihr 40 Sekunden lang 20% eurer Willenskraft als Zaubermacht wieder. Dadurch wird Adalas zu einem Damage Boost und gut und gerne vor jedem Encounter trotz voller Mana eingesetzt. Zuletzt verwendet ihr am besten noch die Glyphe Heimsuchung. Diese erhöht den Bonusschaden von Heimsuchung um 3%. Als geringe Glyphe solltet ihr auf jeden Fall Seelendieb verwenden. Hierdurch wird mit Seelendieb manchmal ein zusätzlicher Seelensplitter erschaffen. Alle anderen geringen Glyphen beeinflussen in keinster Weise euren Spielstil. Wir verlinken euch mal alle in der Beschreibung, dann könnt ihr diese selbst in Ruhe durchschauen. Als Startpriorität geht ihr hier vor allem auf Zaubertrefferchance, wobei 12% anbufft angepeilt werden sollten. Durch Talente wie Unterdrückung oder andere Debuffs wie zum Beispiel Feenfeuer vom Gleichgewichtsdroiden oder Elend vom Schattenpriester sollte das in der Regel reichen. Es schadet natürlich nie weiteres Gier speziell mit Zaubertrefferchance in der Tasche zu haben. Um im Fall der Fälle tauschen zu können. Danach solltet ihr direkt Zaubermacht und anschließend Tempowertung priorisieren. Umso mehr Zaubermacht, umso mehr Schaden. Ähnlich ist es bei Tempo, da somit eure Dots schneller ticken und eure globale Abklingzeit zurückgesetzt wird. Die besten Berufe für den Gebrechenhexenmeister sind unserer Meinung nach Ingenieurskunst und Schneiderei. Als Schneider bekommt ihr hier vor allem das hellleuchtende Garn für den Umhang. Dieses verleiht euch beim Wirken von Zaubern eine Chance, eure Zaubermacht 15 Sekunden lang um 295 zu erhöhen. Wenn ihr diesen Proc gut mit einem weiteren Schmuckstück, welches Zaubermacht erhöht, kombiniert, dann bekommt ihr ein extrem starkes Verderbnis auf den Gegner. Als Ingenieur habt ihr neben euren Bomben sowie den ganzen anderen Benefits wie den epischen Brillen oder eurem mobilen Bankfach oder Briefkasten diverse Gegenstandsverstärkungen wie dem Bombengürtel, 340 Tempo bei Proc auf Handschuhe oder 24 Grid sowie erhöhtes Lauftempo beim Aktivieren auf Schuhe. Eine gute Alternative für einen der beiden Berufe wären noch Verzauberkunst. Hier habt ihr nach wie vor eure Ringverzauberung, welche euch insgesamt 46 Zaubermacht gewährt. Solltet ihr keine Lust auf zwei Herstellungsberufe haben bzw. euch schlicht und ergreifend das Gold oder der Twink zum Farmen fehlt, dann könnt ihr natürlich auch statt einem der besagten Berufe Bergbau oder einen anderen Farmberuf nehmen. Schaut dazu unbedingt mal in unser Berufsvideo rein. Dort haben wir alle Vorteile der einzelnen Berufe aufgelistet. Den Link gibt's in der Beschreibung. Der Gebrechenhexenmeister ist einer der stärksten Casterklassen in Guns Wrath of the Lich King. Von der Spielweise seid ihr eine echte Schadenüberzeitmaschine. Nach einem Adalas für mehr Zaubermacht schaut ihr immer, dass euer abgesprochener Fluch aktiv ist und startet immer erstmal mit einem Schattenblitz, um die kritische Zaubertrefferschance zu erhöhen. Anschließend fliegt eure Heimsuchung sowie euer instabiles Gebrechen drauf. Als letzten Dot nutzt ihr Verderbnis, den ihr dank der Skillung automatisch resettet und ihn so nur noch beim Zielwechsel nutzen müsst. Als Lückenfüller nutzt ihr Schattenblitz, bis eure Dots kurz vor dem Auslaufen sind. Bei Zielen, die nicht länger als eine Minute leben, wird zum Beispiel kein Fluch der Elemente benutzt, sondern Fluch der Bein. Ihr bringt dem Raid zudem diverse Buffs mit. 48 Intelligenz sowie 64 Willenskraft durch Teufelsintelligenz, 5% mehr kritische Trefferschance durch euren verbesserten Schattenblitz, 13% mehr Zauberschaden durch Fluch der Elemente bzw. 478 reduzierte Angriffskraft und 5% weniger Rüstung durch euren Fluch der Schwäche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.